Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Sky, Legendibedischen Enderal. Ja, und Leute, die, die, Leute, wir sind wieder hier auf der Suche eigentlich immer noch nach Pranken und magischen Symbolen und stehen hier vor einem Drachen, Alter. Drachen, das, was es eigentlich in Enderal nicht gibt. Da hinten ist ein toter Drachenknochen. Und ja, Leute, die die letzte Folge gesehen haben, wissen, was kommt. Und Leute, die den Titel dieser Folge gesehen haben, auch. Ah, gut. Hab ich gesagt. Aber, ich würd sagen, gehen wir doch mal los. Ein toter Drache. Ich find's krass. Drachenhorst. Oh, hier ist er. Da oben. Da ist er. It's time. It's doberkinen. Fürs wo da? Scheiße. Ho, 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 ho. Alter. Shit. Ich werde sterben, oder? Ich muss noch einen trinken. Ich muss noch einen trinken. Fürs wo da? It's doberkinen. Ein Drache. Ein fucking Drache. Leute. Das ist krass, eher. Drachenknochen. Ich will die Drachenknochen eigentlich mitnehmen. Die sind magisch schon zu wohl. Ich muss gleich irgendwas gucken, was ich rauswerfen kann, weil ich die... Hau des Rattenfingers. Guck mal, 27 hat das. Raus. Püräische Rüstung. Ja, guck mal, raus. Perfekt. Locker. Ease. Ne, wir reden hier nicht von East Maddox. So, und dann ist da oben noch irgendeine Eispranke. Ah, dann Drache einfach, ein Drachenhorst. Also jetzt, boah, das ist geil. Ich nenne es ja immer, was heißt, ne, ich gebe denen mal keine Wertung. Ich gebe denen mal keine Wertung, den Punkt, dass, ähm, Endral ja ständig versucht, seine Souveränität, Souveränität gegenüber Skyrim zu haben. Es versucht es ja durch viele Begriffsdefinitionen, Mechaniken, ETC, ähm, unabhängig davon zu sein, wie, äh, ja, wie Skyrim zu sein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist was anderes. Das werde ich nicht bewerten, die einzelnen Sachen. Manche sind besser, manche sind schlechter, auf jeden Fall. Aber, dass das so immer wieder schöne Punkte sind, die halt dann so doch mal dann übernommen sind. Wie hier der Drache. Halt so als ein einzelnes Objekt, ein toter Drache, ein lebendiger Drache. Oder, ähm, wie in, 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 hier mit dem, mit dem Zettel, okay, ja, ein, zwei, ich meine, Zau, äh, Abenteurer. Das, das ist halt auch so ein Gimmick. So, und hier stehen wir jetzt direkt vor den Toren, da müsst ihr auch eigentlich Neremesen ohne Ende sein. Naja, stimmt. Äh, also wir, ähm, machen heute übrigens die, Eis, äh, die Eisfranken und magischen Symbole in der Stadt und um die Stadt herum halt. Hi. Weißt, wie komme ich da hoch? Am besten mit dieser Treppe, würde ich sagen. Ja, gut. Okay, da ist noch ein magisches Symbol. Ich mache erst mal, würde ich sagen, die außerhalb der Stadt und dann die in der Stadt. So, äh, jetzt ist die Frage, jetzt ist das hier. Aber wie komme ich da ran? Ist das da unten oder wo ist das? Hier? Ich weiß nicht mal, wo ich hier bin. Äh. Okay, sind noch ein paar anscheinend direkt frei, oder? Ne, warte mal. Ich habe drei Handwerkspunkte und 3000 Groschen bekommen. Achso, weil ich ja, okay. 5.000 E.P. Junge, 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 heilige Maria. Er ist aber, sagen wir mal, großzügig. Also, ich sehe jetzt echt nix, ne? Von wegen, ähm, find all magical symbols. Ja, hier nehmen, aber, ähm, ja. Oder auch nicht, wenn das Spiel nicht will. Wie komme ich denn hier hoch? Ich will nicht rasten. Hä, wie komme ich? So, ich bin jetzt hier im Turm. Äh, war hier. Ich habe doch gerade irgendwas leuchten sehen, oder war ich blöd? Ich bin direkt... Okay, da, okay. Da will ich jetzt echt wissen, wie kommt man denn hier hin? Wie zur Hölle? So, wie kommt man denn an diese Stelle? Was? Das ist jetzt... Also, das wüsste ich jetzt aber gerne. Was ist das denn für ein... Äh, okay. Ach, verdammt. Jetzt will ich hier natürlich immer ins Herzland. Danke. Ähm, mit den Wegweisern. Das, äh, wusste ich vorher natürlich nicht. Ach, hier drinnen wird es natürlich jetzt kommen wir sehr kompliziert zu navigieren. Ich verstehe es noch nicht so ganz. So, warte mal. Also, hier gibt es keine... Ich gehe erst mal auf den Marktplatz, so. Und gucke, ob da vielleicht irgendwie ein Zeichen oder eine Klaue oder so ist. Das ist also in Arc, das wird sehr kompliziert. Die sind alle nah beieinander, sage ich, und leicht zu erreichen im Endeffekt, aber, äh, die Wege werden kompliziert. Beziehungsweise nicht die Wege, die Navigation. So, jetzt habe ich hier angeblich, also im fremden Viertel, das ist im Kaserne Viertel. Im Süd Viertel. Okay, in der Bank. In der Bank, das ist erst mal das fassbarste, würde ich sagen. Und, ich kann mal meine Sachen verkaufen. Ja, ich habe mittlerweile 28.000 Groschen, das ist natürlich auch, äh, ja, ne, kennt man so eben halt. So, er ist arm. Hier kann ich doch Schmuck verkaufen. Ja, ja, genau. Äh, die hat ihm, okay, sie ist arm. So, hi. So, äh, Knochenreißer, nee, das will ich behalten. So, äh, auch arm. So, äh, 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 so, hier, auch arm. Und da kann ich ein bisschen ablegen. Knochenreißer will ich ablegen und, äh, dann war da doch noch ein Winterlid. Okay. Selnas Visier. Alles, was so irgendwie gut klingt. Leiser Schritt des Fährtenlesers. Ich hatte doch noch so eine, jetzt ist ein Nordens. Gucken wir uns. Das ist aber sonst nix, was irgendwie so besonders wäre. So, hier die ganzen Dinger natürlich, klar. Also, die Zutaten natürlich, immer. Ich werde zwar nie was mitkochen, aber, ja. Ach, warte, die Zauber könnte ich natürlich alle lernen, vorher. Nein. Äh. Okay, der Rest kann ich nicht lernen. So, äh, was habe ich denn noch? Drachenknochen, klar. Seltsamer Kristall, nehme ich, verstechte Kappenstaubflasche, aber nehme ich nicht mit. So. Dann kann ich, ich habe hier alter 53 Lernpunkte. Ich brauche Fernkampf 15 bis 75, oder? Ähm, nee, verbrauchsgegenstände, müsste das sein. Okay, 14 bis 75 brauche ich, und Meister, da brauche ich 25 für Fernkampf. So. Da kann ich zumindest ein bisschen Geld machen. Äh, jetzt ist die Frage, hat er die Dinger natürlich? Äh, Fernkampf? Okay, 14 hat er. Äh, Meisterbruch hat er auch 25 Stück. Yo. Perfekt. So, das ist auch schön, weil jetzt hat er nämlich Geld. So. So. Äh, schön. So, Skark auch jeweils einmal verkaufen. So, das hier kann ich behalten. Die ganzen Bücher brauche ich auch nicht. Aber jetzt ist und hier. Ja, 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 ja. Wartet, wartet, wartet. Ich habe doch, glaube ich, nach Sachen, die ich verkaufen muss, oder nicht? Lege ich da falsch, oder lege ich da richtig? Ich habe hier Ringe noch. Okay. Ne, was habe ich denn jetzt getan? Der Brachialität und der Gewalten Mahners, die nehme ich mit. Äh, der Rest kann überprüfen. Ja, habe ich sogar eher einen Verlust als Gewinn gemacht. Mensch. So, die beiden Ringe. Jetzt bin ich endlich los, auch wenn ich einen Verlust gemacht habe. So. Äh, find ice claws. Äh, direkt hier? Jetzt müsste ich gerne, er muss ja die Tür aufmachen eigentlich, ne? Ja, hallo. Ja, hallo. Jetzt mich verarschen. Es geht noch durch. Ja. 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 Oder so. So, dann ist Ali. Wer seid eigentlich, okay. hier seid irgendwie gar nix. Da ist eine Eispranke. Wow. Hoho. Bank. 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 Da ist also ein magisches Symbol noch in der Bank. Okay. Das muss der Tresorraum sein. Da verstehe ich das falsch. Da ist öffnen. Da ist öffnen. Das heißt hier. Ach, weil das so ein A. Das ist nicht richtig definiert. Okay. Ich verstehe. Und hier ist, okay. Hi. Ja, ja. Schreite du mir auch. So, es ist hier, oder? Ganz hinten, okay. Meisterschloss. Boah. Ei, ei, ei. Ja, gut. Meisterschloss, wo man nichts tun muss. Das ist, äh. Gut. Tresor ist auch geknackt. Ähm. Es wird dann alles ein bisschen, ah, es ist trotzdem alles noch kompliziert in dieser Zeit. Das wird auch eine große Überlänge, weil ich will diese Stadt unbedingt fertig kriegen in der Zeit. Unbedingt. Also, äh, das kann auch mal eine Stunde gehen, diese Folge. Falls ihr seht, dass also der Button so lange geht, dann, äh, dürft gerne abschalten. So, da mache ich Südviertel mal. Dann geht's dann wahrscheinlich in die Unterstadt. Da könnte ich mir auch noch vorstellen, ist so das ein oder andere Symbol. So, wie immer, erst mal gucken, ist etwas direkt? Nein. Es ist etwas in den Häusern. Herzland, Herzland, Unterstadt. Okay, also tatsächlich nur in der Unterstadt. Okay. Das dürfte man hinkriegen. Boah, ich, das ist auch wieder so schön, ne? Ich habe immer, seit ich dieses eine Buch da gelesen habe, habe ich ja immer diese bildliche Vorstellung, wenn ich in diese Unterstadt gehe, wie diese Treppe, diese riesige Treppe ist, die man da runter geht. Und wir gehen ja nur so eine Mini-Version runter, aber ich habe halt diese Vorstellung, ich liebe die Unterstadt ja auch, die ist, die ist einfach geil. So, ja, aber da gibt's halt nichts anderes, das ist halt wirklich so mit das Beste, was ich so in meinem Leben gesehen habe. So, da geht's in den Barackenplatz, okay. Hallo? Hallo? Äh. Was macht ihr hier unten, ist die Frage. Frau Hufschlag. Ja, diese Stadt ist ein Schicksal, sagen wir es mal so. Aber ich will, dass diese Ratten alle sterben. Da geht's zum Marktplatz, da geht's ins alte Wasserwerk. Dann gehe ich erst in den Marktplatz, weil, als das Wasserwerk ist die Chance sehr groß, dass das Seife nur heißt, die gehen wieder raus. Weil das wohl der kürzere Weg, ja, ist meistens, ist das jetzt der richtige Weg, den ich laufe, ja. Greta Gasen nochmal. Ja, also ich mag die Unterstelle wirklich, die ist auch so riesig. Und die erinnert mich immer sehr an das Spiel Metro. Da mag ich das ganze Setting auch, weil die sich da halt auch extremst viel Mühe gegeben haben, was man halt wirklich merkt. Okay, ich gehe erst in die Glimmerlust-Lane. Okay. Bitte. Ich habe ja auch das Geld. Ich kann damit ja nichts mehr anfangen. Daher ist eine Zwielichte gestalten. Stimmt. Das war der falsche Weg. Jetzt sind wir weiter. Hier, ah. Okay. Hm. Ach her. So. Was hat sie eigentlich hier? Akash, vegane Suppe. Natürlich gibt es hier unten vegane Suppe. Klar. Wie sie... Oh. 660 Sekunden, das ist gut. Haben die vielleicht noch irgendwas anderes? Oh, warte, 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 warte. Ja. Ey, darf ich dich ganz kurz angreifen? Danke. So. Das tat mir auch so leid mit dieser Hure. Äh, ich wollte erst in die Glimmerlust-Lane. Also es war ja nicht so gut, das war ja dieses... Ich weiß nicht, wie ich es nennen konnte. Ach ja, das Krankenhaus stimmt. Immer noch ein Ort, der ganz... Ganz surreal hier unten wirkt. Oh, Mann. Hi. Äh, was macht ein Vatür hier? Okay. Äh. Wow. Also wieder zum Marktplatz zurück. So. Scheiße, das ist alles so verwinkelt hier. Äh, ich laufe die richtige Richtung, ja. Da geht's dann nicht hier lang, oder wo, verstehe ich? Kaverne zur Pechgrube, ja. Ja, muss ich hier. Ja. Hier war ja dieser Mega-Fahrstuhl, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich meine, da wäre was gewesen, irgendwie. Der Ort, wo die hier halt Geld verdienen. Ja. So, wie kam ich jetzt dahin? Da ist die Pechgrube. Irgendwie muss ich hier wohl doch mal weiter. Aber dann wird das so gemacht. Okay. Ja, das Pech das Einzige ist, was die abgebaut ist, ist natürlich klar. Es ist eigentlich auch höchst gefährlich, ne? So eine Pechgrube unter einer Stadt zu haben. Wenn wir sehr entzündlich, ne? Sehe ich halt so als ein Problem an. Ah, der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Das Ding, ne? Ich werde immer wieder das Ding lieben. Ja, ist es schön, dass es sowas gibt. So, äh, mit so langsam. So, wo muss ich genau hierhin? Da irgendwie Eisglaußen da unten, okay. Okay, man kann hier nicht springen. Man muss irgendwie laufen. Ich meine, das auch noch von beim ersten, siebten Mal so gehabt zu haben. Ach ja, da kann man ja auch nicht rein. Ehm. Wie komme ich denn dann da hin? Ja. Äh. Jetzt warte mal. Äh. Was passiert hier eigentlich? Ist das ein ganz normaler Raum? Ähm. Muss ich auch nur hin, ne? Mina im Ostkanal. Was andere ist die Kaverne zur Pechgrube, ja. Hallo? Äh. Äh. Was? Was? Äh. Was zur Hölle? Der blinde Schürfer? W-w-w-was? Ähm, hi. Ich bin weg. Ich wüsste gerne den Weg. Ah, hier ist eine Tür. Okay. Äh. Äh. Dann muss ich hier lang? Ich bin doch gerade hier hergekommen. Bist ich jetzt komplett blöd? Ich habe doch den Weg hier genommen. Hä? Äh. Warte, ich muss jetzt speichern, bevor ich das mache. So. Wieso kannst du keinen Schaden kriegen? Hä? Sag mal. Was ist denn mit dir? Das wüsste ich jetzt gerade mal gerne. Gucke ich auch gerne mit euch. Was ist das? Der blinde Schürfer. Äh. 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 Jetzt gibt es eine Apotheke. okay der ist wohl eine art geschichte hinter wenn ich das so verstehe oh mein gosh hilfe ich verstehe das verbessert jetzt auch nicht mein problem dass ich eigentlich zu in dieser folge die art dinger machen wollte mache ich auch noch ist auch noch mein ziel hi gold nehme ich mit mich immer mit also diese unterstadt ist so viel mehr als man immer glaubt das ist unfassbar stimmt also das ist so unglaublich viel und hier sind ja auch erst die die richtig dunklen teile der unterstadt gerüstet so johann nicht schön aber auch jetzt nicht dass man sagt ja das ist der absolute abschaum aber hier hier schon okay ich würde jetzt gerne wieder aus der pechgruppe raus um zu dieser apotheke kommen aber die haben vorhin dran vorbeigelaufen auch die habe ich auch nur in dieser ein quest einmal besucht und scheinbar soll da wohl eine lösung für sein der blinde schürfer ich meine das ist jetzt für uns nicht das problem aber wieso ist der da oben das verstehe ich nicht so also wie ihr seht wird über über länge wie sehr lange über länge werden bis ich noch fertig bin jetzt wird erst hier noch also das klingt so falsch wenn ich sage jetzt muss ich jetzt noch das rätsel mit diesem blinden schürfer lösen ich will das rätsel mit dem blinden schürfer lesen und da müssen sich noch die anderen dinger hier in der stadt finden irgendwo hier ist diese apotheke apotheke wohnbarack gemeinschaftsart war ich irgendwie doch richtig hier muss ich hin hallo 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 ich kann denen auch nichts geben hallo Ja, ich hätte da mal ne Frage. Das weiß ich, aber... Das hilft mir nicht. Lull. Der sieht mich halt einfach nicht, ne? Das check ich jetzt eher weniger. Äh, also Bann, Totem. Groschen. Äh, nichts, was ich jetzt brauchen könnte. Äh. Hi. Was ist das denn? In den Büchern ist wahrscheinlich auch nichts. In der Kiste, in den Büchern. Oder in diesen hier. Das wäre es auch gewesen. Irgendwo da was drin gewesen wäre. Ich kann sie halt auch, wenn ich sie anspreche, bringt mir das halt gar nichts, ne? Ich will kein YouTube-Video gucken. Während des YouTube-Videos. Äh. Okay. Na, warte mal. Äh, öh, 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 ö blinde ja ist gesehen worden aber echt tatsächlich dass es hier wirklich dieses ja war nach dem bauplan jetzt habe ich den aber das ist eher chemie ist ja noch mal was anderes warte mal haupt band totem heißt es nur ich weiß wie das geht player at item 004 114 bk 1 das ist es nicht player at item das player punkt item was habe ich denn gemacht player punkt 014 bk 1 wurde dem inventar zugefügt ok wurde dem zauber buchen zugefügt was das muss ich nicht verstehen oder also das schreie altes band tote so altes band totem in das zauberbuch eingetragen ist guck ich mal ob ich dann weiterkomme es ist hier gewesen ich weiß ich kenne die wege also nicht glimmer das plane warte mal war ich schon der glimmer das denn das magische symbol das ist einfach nur ein weg gewesen war hier jetzt rein eins sind ein magisches symbol irgendwie soll er ja eins sein ja ja auf vernage oder orphanage ich weiß es nicht ob es ein deutsches oder englisches wort ist hi ziemlich viele türen hier könnte man jetzt mal so behaupten würde ich jetzt auch mal einfach behaupten noch mehr vertüren was ist das denn ein hau und die sind weg ein ruck und diese tau aber nix an dem symbol hier ist auch kein passendes kinderzimmer mehr das ist er so das ist halt schade das sind halt wirklich dass der wohnung das mir keine schlechten wohnungen und dann ja sind die halt sowas was das okay dann sind die halt sowas wo wo wohnungsräume halt verloren gehen ne war hier ein Huhn bin ich blöd gold kann sein so viele türen hier voll der hall hier unten was tut denn ach jetzt ist viel gereist ok ich höre nüren wurt ok ich sehe ein ambrosia mensch zu sehr fast vergessen aber wo ist dieses ding da hinten irgendwie ich muss das erst mal finden da ist das Huhn das Horror Huhn so da anscheinend irgendwie war ich dementsprechend doch schon ein bisschen näher ich wusste schon wenn das hier irgendwie so hinter so Kisten und alles so ist dann muss das da auch sein dann ist hier ein Nebenraum wo ich nicht drin war ich stand doch hier sogar wieso hä wieso bin ich nicht da reingegangen ok das ergibt jetzt für mich eher weniger sinn aber gut was ergibt hier schon sind in dieser unterstadt ne das ist alles ein bisschen ja sagen wir verwirrend ist vielleicht ein guter begriff guck mal hier ist alles ruhig naja es ist alles ruhig ne kann man ja so auch nicht sagen aber es ist in ordnung jetzt hier direkt sind wieder leute hmmm dann gehe ich hier durch hoffe ich richtig irgendwie muss ich scheinbar ah hier bin wir wieder ok ich verstehe ja 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 man denkt immer da wäre es zu Ende aber dann ist dann doch noch eine Ecke um die man gehen kann so jetzt habe ich dieses Bann Totem jetzt kann ich den töten den blinden Schürfer oder wie muss ich das jetzt verstehen ich bin mir dann nicht so ganz sicher jetzt kann ich muss ich hier mal einen anderen machen jo fick dich auch ins Knie und jetzt müsste ich doch hier das funktioniert nicht weil das ist ja der einzige Weg hier ist ja nix oder sind hier auch noch Räume ne warte Mina am Ostkanal ist hier noch ist das richtig ne ich bin verwirrt bei dieser Gegend ist hier eigentlich um die Ecke noch was wüsste ich gerade mal gerne ne ok das ist nur Pseudo das Totem zeigt Wirkung was ok scheint kann ich den blinden Schürfer angreifen oder wie oh der ist trotzdem stark achse des blinden Schürfers ok gar nicht unspann interessant ne warte also gar nicht interessant wäre nicht interessant gar nicht uninteressant ist wiederum interessant doppelte verneinung ja das ist wie gar nicht schlecht stimmt ist auch gut ja 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 so was haben wir hier hier ist dann ein ein magisches Symbol denke ich mal ne eine Eisklaue wenn der was sei oder ist das diese diese berühmt berüchtigte Stadt unter der Unterstadt von der oftmals welche Leute reden das könnte sein ne das ist ja sowas in der Art hallo ja dein Bogen wird dir hier nichts bringen ich würde den Boss gerne mal wissen wie der was mit dem dann ist oh hi meine Gegner hier sind nicht die stärksten aber das sie ist ja noch nie was ghosteter Verbrecher ok irgendwo ging hier was auf ok bin ich schon in der Nähe ja ich komm dem näher ok ja es ist hochspannend so Achtung Falle ok ich dachte schon was gefährliches was was haben wir denn hier oben aber hier müssen Menschenhand das gemacht haben sonst wäre hier nicht diese Karte ach ach was geht muss ich nicht so verloren fühlen sind alle völlig da die Saison so dünne die das Grab beschwören wollen aber das lasse ich nicht zu was wissen wir doch so hier sind die schon stärker äh äh bist du noch nicht tot ähm sind die Katakomben ah ok da muss ich hin boah wir sind bei 52 Minuten schon boah nicht ohne das ist halt echt eine Stadt unter einer Stadt wow wer ist das weißt du ich dachte wäre jetzt irgendwie so ein special dude das ist halt das ist halt irgendein Idiot äh die die machen hier auch nix hi ja ich weiß doch mittlerweile dass ihr normale Leute seid da musst du mir nichts sagen das weiß ich ach das ist nur das Banner was da so was da so kraftvoll umher schwingt ich gehe rechts wir wissen ja immer der Gänsinungen lang Moin ein gerüsteter Verbrecher äh Verlorener nicht Verbrecher natürlich äh so da geht es anscheinend hoch wenn der hier runter kam geht es auch hier hoch ein allseits ist das eigentlich hier richtig ne da geht es noch weiter anscheinend ein allseits bewährtes äh profil wie man das immer beantworten kann ok aber das war jetzt nicht alles hier oder oder da war das vielleicht nur dieser Raum und es geht eigentlich noch weiter ok hier muss es irgendwie weiter gehen hier müsste es eine Art da kette oder so geben wollte ich noch zu ende gesagt haben kese hm das ist ja auch erstmal nichts so besonderes ich warte ich bin echt gespannt ein bisschen auf den Endgegner ich habe das Gefühl dass diese Sprinter die Gruppe weniger Schaden machen als sie aus dem Stand habe ich echt langsam das Gefühl ok hier wäre es natürlich sehr brandgefährdet aber da bin ich zu wenig äh für involviert sage ich mal alt lolo so brinches hall es ist echt eine Stadt unter einer Stadt das ist das ist crazy Leute das ist crazy es war immer unter uns und wir wussten es nicht nicht ok hi warum ist das denn so still hier ich höre ja meinen eigenen Atem unangenehm okay das ist aber bis auf die skelette ist ja ja noch nichts nichts das sage ich mal ja ich würde sagen die existenz hier rechtfertigt eine noble kraft das hier halt so ein palast ist der aufgebaut ist sehe ich jetzt noch nicht so da muss entweder halt ein richtig dicker fetter endgegner kommen der so richtig das game fickt oder das ganze ist nicht sein wirklichen namen je wert aber der prinzessor kann man ja zumindest von irgendwas ausgehen das ist ja dann ist ja die hoffnung sage ich mal dass das so ein bisschen wird wie ja der könig am ende fürstin isolon naja ist es ja noch nicht so ne das überzeugt mich noch nicht sehr viele tunnel spinnen hier nicht ganz interessant seid ihr alle tot ja dann geht es aber noch weiter aber wenn das das war dass das hier ein palast für eine spinnkönigin war das war's durchschwimmen wasser durchbruch möchtet ihr den atmen anhalten und den wasser durchbruch durchschwimmen die störungen scheinen nur in eine richtung zurück zu hängen über diesen weg und ding war ja scheinbar ist hier nichts mehr es ist interessant wo bin ich in der kaverne was komme ich denn raus das ist jetzt eine interessante frage hier wieder ok und aber wenn hier solche schlafräume und schlafräume sind für mich jetzt irgendwie sowas was relativ häufig aufgesucht wird müsste man dann nicht mal den blinden schürfer begegnen sein oder zumindest dieser typ der da unten geschürft hat der hätte das war ja keine fünf meter entfernung den hätte man schon sehen müssen denke ich mir so es geht irgendwie einfach unsichtbar hoch natürlich auch super so jetzt geht es mir hier raus anscheinend wir haben so wie es aussieht unterstadt geschafft dann geht es jetzt wieder nach oben wichtig ich darf mir nicht sagen lassen dass ich dadurch die dingster grube gehen soll durch diese wassermühle ich muss meinen festen weg durch die eingangshalle wieder zurückgehen das ist ganz wichtig weil sonst komme ich wieder an so einem ganz beschissenen ort raus noch mal kurz unter gucken sind irgendwelche unterpunkte wo man raus soll nein ich soll beim barackenplatz raus das ist auch gut so ja 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 weißt du was ich mir gerade so frage wir haben in dieser folge sehr viel zeit zu reden leute in metro die leute müssen sich ja duschen mit welchem wasser machen die das serious question mit welchem wasser wird das gemacht nachher senfkorn so altes wasserwerk hauptkaverne so das ist nämlich jetzt das ding muss ich das die hauptkaverne nehmen so weil andersrum wäre scheiße hier ist das kennt man ja 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 was ist mit dem den typen warum 1000 kopfgeld ja also ich hab den doch was getan ich hab euch ne gratte getötet soll und reichen geht es euch anscheinend gut dieser blick auf diese stadt das ist immer wieder faszinierend immer wieder leute das habt ihr gut hinbekommen also habe ich habe ich habe ich jetzt dann will ich nicht marktplatz wieder so marktplatz ist ja ziemlich zentral wahrscheinlich deswegen so lange folgen sind immer so anstrengend für die stimme ne du hörst fängst halt wirklich irgendwann an kannst nicht mehr reden dass das worüber ich rede gut ich hab ja ich weiß das worüber man redet ist ja eh immer da also die eine der wirklich so also es gibt die geschichten erzähler da gibt es so einen ganz großen deutschen youtuber der macht das ganz gut sage ich mal und es gibt halt die die nach so informativ ergänzende blablabla und so weiter wenn ich mich eher dem stil zuordnen und dann halt so die die ja halt über das das echte leben quasi so reden das ist da merkt man finde ich immer die geschichten erzähler sind halt so die die wirklich so erfahrungen lebenserfahrungen haben die informativen das sind eigentlich die wo es halt wirklich so am wenigsten ist die können halt die reden dann lieber gerne was zum spiel dazu können das ist ja ich sag mal das kannst du ja in gut und schlecht machen die dies schlecht machen sind die die wirklich nur sagen ja ich also wir gehen jetzt hier gerade mal kurz um die ecke und gucken mal ob hier die irgendwo die die eisklaue ist dazu muss ich gucken wie ich hierhin kommen um die ecke und halt wirklich die sehr sehr das spiel geschehen halt ja du musst das spiel nicht sehen um zu wissen was passiert die sagen es dir auch einfach ist das echt nein nein das war ich dahinter scheiße nicht schlecht da geht es zum markt wird so will ich ja nicht hin da geht es ins kasernviertel herzen und kasernviertel also es gibt bei denen die dieses spiel halt so informativ begleiten zu meinen meine gruppe quasi da gibt es halt ich finde würde ich jetzt sagen die humoristischen die erzählen dann halt immer wieder gerne ein witz oder kann alles irgendwie lustig verpacken würde ich mich so dazu ziehen dass ich das versuche immer so zu machen irgendwie alles immer auf zu lockern lustig zu sehen irgendwie so zu machen das ist immer so mein anspruch etwa ja halt die die das spiel erklären die auch zum teil riesige informationen im hinterleben oder zum hinterspiel haben das sind die die sich mit dem spiel extrem auskennen ja die die halt vom alltagsgeschehen reden das sind die die wo die wir halt wirklich teilhaben echt so extrem teilhaben am leben und ja damit habe ich halt durch und da gibt es die ich finde ja ein let's play ein also einer der haupt todesfaktoren für let's play sind für mich tatsächlich wenn der youtuber nicht nein eigentlich dürfen wir nicht sagen der youtuber das ist ja eigentlich nicht richtig der video produzent wenn er nicht redet das ist für mich so ein todesurteil beim let's play das können auch mal immer wieder nur so ja eine halbe minute also seien immer wieder zwischendurch aber das ist für mich ist das dann kann ich mir schon nicht angucken weil es gibt ja zwei arten es gibt ja die gameplays also zwei arten von videos über spiele so grob es gibt natürlich noch mehr und kategorien aber die zweifel ist halt gameplays und let's play oder box muss ein let's place box muss dieses frühjahr immer hat man gerne gesagt so und ganz ehrlich ich gucke mir doch ein let's player wenn ich unterhalten werden will auf welche art auch immer so wie ich die halt die die redestile erzählt hat da gibt es ja mehrere arten das eine mögen die eine das andere mögen die anderen deswegen sind abonnenten ja auch verteilt auf der welt so aber ich grüße an mit dem hauptziel mit unterhalten zu werden genauso wie bei einem twitch stream in der regel es sein sollte so und da gibt es das wort zu wieso sollte ich mir ein box angucken wo keine unterhaltung gegeben wird wenn und das ist jetzt nicht der punkt wenn das gameplay nicht so überragend gut ist dass es sich lohnt das zu gucken anstatt es selbst zu spielen ich gucke wenn also ich gucke sehr 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 selten gameplays aber wenn dann halt wirklich um ja manchmal für lösung tatsächlich da bin ich halt einer von denen die dann wirklich sagen die gucken die um eine lösung zu finden von ihrem spiel also wo war ich denke genau eine lösung oder halt um wirklich guten spieler zu sehen so und wenn er nur so mittelmäßig gut oder sehr gut aber nicht perfekt spielt soll dann ist das für mich kein keine begründung das zu gucken also man sagt ja mein mensch kann nicht perfekt sein ok schlimm ich zu aber das ding ist das gameplay bei einem game box das muss perfekt sein sonst sonst gibt es für mich keinen grund das zu gucken ich schalte auch ab sobald dann ich ein spielfehler sehe bei sowas also weil ich so was ist denn jetzt geschehen ich mach mal auch mal ein bisschen also sobald ich bei einem box wohnen sehe dass er irgendetwas nicht perfekt gemacht hat dann schalte ich ab dann schalte ich einfach echt ab weil das gibt es für mich keinen triftigen grund dass ich das gucke so das ist immer lieber let's place weil da muss ich nicht perfekt sein naja wieder die eine milliarde kmh wasserfälle stimmt ich vergaß sie es sagen mir auch viele da bin ich halt nicht der einzige der dann wirklich sagt ja ich komme mir auch zu nur an wenn es perfekt ist geht mein setz play forum und guckt euch da diese meinung dazu an oder allgemein vor wo sich über sowas unterhalten wir gut das ist eh wir let's player sind ja anscheinend eine sehr zwiegespaltene gruppe die meisten würde ich jetzt einfach mal wirklich behaupten aber ich gehe davon aus mögen jetzt gleich ob akzeptieren sie und dann gibt es wirklich die die sagen wir zerstören das spiel indem wir einfach ständig darüber quatschen indem wir das spiel halt im internet zeigen und das dann ja nicht mehr gespielt werden muss daher kalia da können wir ja nicht zu ende beginnen indem wir halt immer rein quatschen aber ganz im ernst das ist ein vollkommener schwachsinn den die da fabrizieren was die da sagen weil wenn ich mich doch so beschwere und das so schlimm finde gucke ich es nicht alles ist ja immer so leicht gesagt ne dann gucke guckst doch einfach nicht aber so ganz ehrlich bei sowas weil sowas kann ich halt echt nicht verstehen also da kann ich die meinung den konsens verstehen wenn man sagt ja dann guckst doch einfach nicht naja da ist jetzt noch dieser eine eisbring krieg ich die ist jetzt die große frage wo bin ich sie kein spieler oder könnte es sein das ist außerhalb der stadt ist eventuell hinter der stadt das ist durchaus möglich glaube ich ich gehe mal jetzt in nördlichen wachturm und beendet einfach mal die folgen die mich davon ausgeht dass das hinter dem wachturm ist eine stunde 15 haben wir jetzt wir haben angefangen mit dem drachen möchte ich noch mal erwähnen wir haben einen drachen in endra gehabt ich finde die drachen ja schon in skyrim immer wieder geil muss ich eingestehen sie sind ständig aber ich finde sie geil immer wieder und dann hier natürlich so als seitenhieb klar das gefällt naja ich würde sagen wir machen wir machen nächste folge dann weiter mit dem sammeln ich weiß noch nicht wie ich vorgabe vielleicht gehe ich hier diese bauernküste entlang könnte ich mir ganz gut vorstellen das ist noch was wo ich in relativ ja wo ich sage das geht noch relativ gut was man hier sagen kann alles hier was soll links von dieser berg kette ist das wird auch ein scheiß teil und dass sie wird ein scheiß teil und dann kommt die wüste ja und dann kommt die wüste so das werden auch drei folgen sage ich also dass ihr vier dann damit hier wie jeweils also das sind fünf dann sechs ich mache schon wieder meine vorberechnung der sieben ja das wird alles sehr kompliziert 8 9 10 11 schätzen auf elf folgen 11 10 11 folgen je nachdem naja ich mache jetzt mal bis dahin und macht's gut